Einen vorbei Da ist er hinter uns Einen weg, je mehr Speed ist er Hinter dir ist noch einer Hinter dir ist noch einer Oh shit, ich bin gebowlert Der eine ist gebowlert Ja, der schießt auf mich nur Ey, kill den gebowlerten Die eine kommen schwer Im zweiten gebowlert Nice Einer soll Das ist ein Matti Ja Matti Ab, beide Komm nur mit zwei Ok, warte, renn mal, das ist ein Fritzi und so Oh shit Ich hab einen Nein, nice Meine bollerts, alles bekommst Ich hab keine bollerts mehr Ja Der ist tot, nice Das war Shinichi Das hat Dinger halt bei dir Ich glaube es Was ist das? Ja Er ist lagged Ja dann, du denkst Er ist lagged Server ist weg, oder? Ja New survivor So, und damit herzlich willkommen zu Wingman Apparation Die vierte Du 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 Jawohl Im Neuer Spawn sag ich mal Könnte besser sein So h2 Acht System War einen Äh, bist du ein schwarzer Ne Ne Soll ich bin genau da an dem Läuft bei dir Abgrund glaube ich Bei mir ist gerade ein Ravager runtergefallen Also ich glaube ich hab auch ein ziemlich Fisch ist ein Spawn Oh Gott, das ist ein Bastille, das geht rein Hm Hm Läuft bei dir Ne Ne Ich guck's dir weg Ne Ich seh da so ein blaues Leuchten Ab Das blaue Leuchten Und bist du bei Ein Ein Drehmal deutlicher Eingewist Hört man die nicht Gescheit Mich? Ja, du redest voll undeutlich Irgendwie, keine Ahnung warum So besser? Ja Ok Oh Gott, das ist voll undeutlich Ne Ich bin bei der Tafel, ich seh die Tafel Ok, nice, ich komm gleich hin Werfen noch ein paar Foundations schnell Oh Gott, da läuft ein schwarzer Charakter an Kleiner Oh Mann, ich bin RIP Wieso? Revenger Oh, RIP Alter, Fritzi ruft mich schon wieder an Was soll'n der Bullshit, Alter? So'n Scheiss Kann ich gar nicht leiden Reden wir was? Hallo, hallo? Ok Bei mir war alles auf einmal leise jetzt an Ok, ich töte da unten einen kleinen Dodo Also ich hab gerade Damage-Ton gemacht 24 Ich komme Mit der Headshot Ne Doch, bist du Ich bin hinter dir Hinter dir Achso, da kommt das Skorpion Komm schnell mit Ok, komm mal Nimm schnell, das Skorpion kommt Ja, bin Achtung, Skorpion Oh nein, ich steck in den Dreck Was der für Level? Keine Ahnung, so hoch Was dem Burst verressen Jawohl, halt nicht zu weit runter Da ist direkt ein Bullptock Da ist auch noch ein Dodo da herum Mehrere, perfekt, komm her Pass auf wegen die roten Pilze Du kriegst ja diesen komischen Effekt Ja, ich bin wegen des Skorpion Kannst du das? Toll 160, hallo, nackig Ich hab 200 Simbaes gefressen Aber das puttet mich ja trotzdem an Kannst du das? Ok Lebe Lebst du noch? Ja Wenn du dir zur Pflanze stellst Dann herr ist der Zu der Leuchtepflanze Ach, um Und was denn? Ja, was wohl? Skorpion immer noch Das Skorpion zieht nahe Das regt richtig auf Ja, er haut mir Es wird größer Reicht schon Es gibt einen Schlafsack Mach da einfach mal einen direkten Schlafsack Läuf! Wow! Ich bin auch tot 580er Basilisk Ging jetzt schnell, muss ich sagen Wow, alter Das hab ich jetzt nicht kommentiert, wenn ich ehrlich bin Du war hinter dir WTF WTF Oh, bist du gespawnt? Ich bin wieder fast da in der Nähe Ja, ich bin auch fast da wieder in der Nähe Und die Kraft schnell neu Da ist nämlich direkt wieder ein Dodo Da ist nämlich direkt wieder ein Dodo Ein Dota Oder warte, ich kann nicht kurz mehr Stuff holen Basilisk wird wohl Immer noch da sein Da ist noch ein Raptor Ja, der ist noch immer da Oh mein Gott, Raptor verpisst die Wie viele Raptoren sind da? Ich seh da in den Basilisken Oh, der rennt weg Ja, der rennt zu mir Oh Gott Bin auch schneller als er Okay, bin ich nicht Tegar, warum ist noch ein 580er Basilisk? Ich bin ausgerusten Kann er mich mal in Ruhe lassen Weiss Spawn immer gleich, komplett Egal, ich craft mir da kurz was Neues Und hol den Pulp-Doktor Brauchen wir einen Stein, Alter Brauchen wir einen Stein? Da hinten ist ein nackiger Player Bin ich Echt? Nee Der steht an so einem Stein, oder? Bist nicht du Nee Nee Weil ich auch grad an so einem Ding stand, deswegen Brauchen wir einen Stein, ich finde keinen Stein, Alter Ja Könnte da irgendwo ein Stein am Boden liegen? Jawohl, da Weil ich hab da eine Saufelheit, da liegen alles tote Dinos bei mir am Fluss Dann bringen wir es mit Machst du eigentlich grad 55, der Match? Nee Wenn ich meine Schwester im Hintergrund weiß ich nicht wie laut Musik hat, Alter Fuck mir das schon wieder ab Wenn Musik halt noch lauter machen, dann gehts Haben hab den spieler geld bei dir mal wie viel spinos das sind was steht da verdruckt oder selber leckte ja zwar war klar bei den einstellungen Oh, verbesserte Klopf, Rissi. Nice. Nimm Spino, Alter. Das sind schon wieder Raptoren. Wenn wir Bolas lernen, Alter, hab ich noch keine Bolas mehr gekriegt. Warte. Mach ich auch grad. Das Wichtigste hab ich noch nicht, Alter. Auf die hab ich zumindest schon drei Stück. Und Barrow shoot gleich mal. Springen wir einfach runter, hätte ich gesagt von oben. Auf die Hände. 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 komme ein bisschen weiter rechts davon das sind zwei aktoren ich weiß nicht ob ich mich angehalten das sind hatte ich spring mit vollschirm ist damit vollschirm was siehst du an mit vollschirm fliegen nein doch 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 ja ich fliege schon genau rüber das ist eine rollred aber sonst sieht es dabei ziemlich gut aus was dinos angeht ah nein die rollred hat sogar was für uns getötet die gems lass mal liegen ja ja wir haben hier genug die rollred können wir theoretisch tamen dann die ist level 80 ja besser als nix ich weiß ich kann nur die ist level 80 also auf der hinten sind dinger spores leider will wer hin da sind damage sollen oh der hat damage kassiert das ist eine explorer node lass den doch schnell mitnehmen ja noch movement leveln irgendwas fightet denn der gegen irgendwas pvd der macht 93 damage lass dich noch töten nein hä pvd ist doch gelbe damage zu sein oder achso lol der ist das ist ein bulbdog gegen kassiert das ist einer tot das ist ein bobger ja was wäre das was wir hinten lassen 500er bulbdog war das ja oh shit wir hätten den lassen egal wir haben genug steam carries ok oh wow mit dem heimati das gibt gut xp äh player in der nähe irgendwo ist ein player das ist grad schlecht warte mal... der liegt sicher irgendwo in nem Busch also ich kann's töten, ich crafte kurz Foundations ja, bin schon dabei lockst du mal nicht zu mir bitte mein Gott, was ist denn das für eine Titan Bohrer? 600 oder so wahrscheinlich irgendwo liegt doch ein Player im Cross okay egal, ich save einfach den Spot gut, Spot ist safe gut, was ist denn das für ein Teil-kirche gut, was ist denn das für ein Teil-kirche gut, was ist denn das für ein